Und willkommen zurück zum neuen Lord of the Rings Projekt. Das ist jetzt die dritte Folge und jetzt geht's weiter. Jawohl. Wir haben auf jeden Fall diese Folge vor, uns ein wenig auszurüsten und uns vielleicht auch schon mal auf den Weg zu machen. Nicht. Um diese Welt zu erkunden. Nicht. Wenn Maxi sein Pisshaus mal fertig gebaut hat, ja? Nicht. Das dauert noch. Bis Folge 50. Das ist doch so langweilig, dein Haus da die ganze Zeit zu bauen. Aber mein Haus ist so geil. Ich hab Lust, mal die ganzen 9 Millionen mitzuerforschen und so. Ja, ja, ich sollte mich dann auch... Wir wissen alles, was Patrick erforschen will. Dunkle, feuchte Höhlen. Hat jemand Eisen übrig? Ja, ich sammle gerade. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin sehr gut. Hast du gehört, Patrick? Ich? Was? Ja, ich meinte vielleicht nicht dich. Ich meinte, dass du das sammeln bist. Sehr gut. Ja, danke. Motiviert mich. Nein, passt schon. Herr Barthast. Ja. Geil. Ich kann ja das. Ich nicht, halt die Phrase. Nein, doch nicht. Gleiches, was manchmal. Oder das gerade sehen. So, in der Höhle waren jetzt ein Koffer und zweite. Papa ist wohl gerade so. Was kann man daraus machen? Nichts, was ich vorhanden. Nein, wobei es auch gar nicht so viel Geheimnis gibt, weil ich brauche es einfach... ... in die Scheibe rein. Wo hat es denn hier Sand? Viel Sand. Stimmt, Sand brauche ich eigentlich auch. Ja, Schritte vielleicht. Oh, nice. Wo bauen wir jetzt eigentlich mal die Welt erkunden wollen. Was sollen wir machen? Weiterbauen oder Welt erkunden? Ja, kurz können wir noch bauen. Ich tue jetzt gerade ein bisschen fahren. Ja, ich fahre aber auch gerade. Geil! Geil! Geil, geil, geil. Ich habe noch mehr Eisen und ich habe einen Kirschbaum gefunden. Der tut mir warm Kirschbaum finden. Äh, ich renne hier wieder wild in der Gegend. Alter, weißt du, wie geil Kirschbaumholz ist? Was kann man sich denn aus Tin und Copperohr machen? Copperohr, Pfeile, Rüstung, Schwerter glaube ich nicht, aber Speere kannst du daraus machen. Ah, geil. Und Rüstung aus Copperohr kannst du ja Rüstung. Aber Eisenrüstung ist besser. Ich kann jetzt ja was treffen. Ich will mir jetzt irgendwas Schönes greifen. Was hat es mir hier noch so? Ähm. Dann ist das natürlich ein bisschen behindert, ne? Natürlich scheiße. Ich renne jetzt hier mal eine Smaller-Büro hin. Ich hoffe, dass mir ein paar Typen hinterher rennen. Und ich denen ein bisschen Rüstung abhacken kann. So eine. Wobei, wir ja jetzt hier, dummerweise. den Server auf Difficult 0 gestellt haben. Ich wollte gerade sagen, das solltest du vielleicht mal umändern. Hier, kein Mensch. Mach das einfach. Ich werde das jetzt mal ganz kurz ändern. Ich wollte mal fragen, Patrick, bei welchen Koordinaten seid ihr eigentlich? Wir? Mhm. Keine Ahnung, irgendwo. Ja, schau halt mal bitte. Ja, und ich bin ja selber gerade weg. Ach so, okay. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Geil, noch eine Hobbit-Höhle, die man ausrauben kann. Episch, nicht. Hinten nicht. Also, ich feier das. Alter, wie man in der Winterheilzeit sofort wieder voll ist, ne? Boah. Wir haben auch gar keine Ahnung. Mein Haus sieht einfach am geilsten aus. So, jetzt haben wir den Schwierigkeitsgrad verändert. Jetzt wollen wir hier gerade mal schauen. Alter, wieder schon so eine beschissene Meldung. Ja, ist doch egal. Jetzt verliert man auch endlich mal ein bisschen Hunger. Na, guck mal, den hier. Den können wir mal abschlagen, bevor der was dem armen Hobbit hier antut. Oh, der schlägt den Hobbit. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und ich kann euch sagen, Leute, die ganzen Orks und so sind hier ziemlich, ziemlich gut. Ja, das kommt aber auch nur, weil die Waffen haben. Ähm, der hat außen Knochen. Die Orks haben halt die gleiche Rüstung, wie können die gleiche Rüstung, wie wir Menschen haben. Also halt die Ork-Rüstung, die können die gleichen Waffen haben, wie wir halt alles auf Ork. Habt ihr jetzt alle Betten? Nee. Fuck, ich hab das vergessen mitzunehmen. Warte, dann nehm ich den jetzt mit. Du ist Lick, du ist Lick, du ist Lick. Was kann man denn wegschmeißen? Oh mein Gott, jetzt kommt da gleich mal mehrere Bogenschützen. Und ich will jetzt erstmal essen. Den brauch ich nicht. Dann komm ich mal wieder zurück, ne? Okay, die gehen jetzt auch grad schon wieder. Die töten da arme Hobbits. Arme Hobbitze. Hobbitze, Hobbitze, Hobbitze. Aber besser als mich. Hobbits, scheiß drauf. Scheiß auf die Hobbits. Okay. Ähm, ja. Kein Kommentar. Zu diesem epischen Bug. Kennt ihr das, wenn manchmal so Teile einfach so schwarz sind? Oh, die können wir auch noch töten. Ja. Das ist richtig behindert. Der muss jetzt auch drauf gehen. Gib mir deine Rüstung. Alter, ich brauch endlich mal mein Dach. Schon wieder nix. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Rüstung und alles bekommst du richtig selten. Nein, eigentlich beim letzten Mal haben wir richtig viel gekriegt, also bei der Probe. Bei der Probe schon. Aber das ist sehr selten eigentlich, dass du Rüstung bekommst. Auch Schwerter und alles bekommst du eigentlich nur in diesen, ähm, Zeltlagern und Rüstung. Soll ich die Magisterstärpen mitbringen oder? Wow, ja, wär voll geil. Ich brauch zwei Stück. Ich mach mich mal weg, bevor ich sterbe. Wenn wir tauschen. Okay, das war leider so. Ja, ja, ja. So, so. 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 Ja, na, 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 na. Nix erschenken. Nix erschenken. Na, 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 na. Na, na, na. ja Rick hier. Patrick baut so eine ganze Haube ab. Nee, jetzt bin ich irgendwo falsch geraten. Stimmt, ich kann ja eigentlich Gitterstäbe aus den Dingen holen. Scheiße, ich bin da selber drauf gekommen. Warum habe ich das überhaupt gesagt? Ach, nee, da ist Paddy. Wo bist du? Was machst du jetzt hier? Ach lol. Ich weiß nicht, ich habe mich auch so ein bisschen verlaufen. Ich wollte gerade noch in der Werbung. Komm, wir gehen wieder hier zurück. Was liegt da noch? Holz. Du hast Holz verloren. Ja, ich habe zwei Holz. Nein, ich habe das. Man verliert hier kein Holz, Timp. Ich glaube, dann hole ich mir auch mal kurz diese Gitterstäbe. Wart, wir wollen doch tauschen. Nix gibt's, Alter. Wart, wir wollen doch tauschen. Wir wollen doch, ich will doch nur geiern. Wolltest du dir schenken oder nicht? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja, schenken würde ich sie gerne annehmen. Okay, da sind wir. Gut, ich habe dich doch nicht verlaufen. Komm, ich komme dir. Das kam mir doch irgendwie bekannt vor, hier die Gegend. Ähm. Das ist gut. Ein bisschen Krabbel. Ich brauche jetzt auf jeden Fall meinen normalen Ofen. So, jetzt überlege ich mir gerade, soll man noch mal Holz hacken? Ne. Äh. Gibt es eigentlich irgendein Crafting-Rezept für eine leichte Waffe? Also aus Holz oder so? Ja, aber dazu brauchst du Ding. Was? Dazu brauchst du, ähm... Das war so für eine neue Frage. Da brauchst du, wenn du jetzt eins aus der Ringe haben willst, brauchst du, äh... Ja, ich meine ja von dem Mod her. Achso, ja. Da kannst du dich in den Standard ausrüsten. Ich weiß selber, wie man die kraftet. Ja, dann brauchst du halt, äh, Elbenbiom. Da kannst du so Holzschwerter finden und Holzbogen. Ja, sollten wir das mal... Ich würde sagen, wir können... Sollten wir uns langsam rüsten. Ich tue noch ein bisschen... Ja, jetzt chill, du Kleine. Tim, du Häsliger. Ähm, au, zwei Bäume sind ein bisschen gewachsen. Aber die lasse ich jetzt gerade mal stehen, weil wir wollten jetzt einfach auf Erkundungstour gehen. Also man kann jetzt nicht mal schnell hier Speer oder so zusammen... Doch, doch, ich tue ja auch gerade noch meinen Eisenbraten und so. Ich meine damit, dass ihr euch langsam ausrüst. Ja, der hockt jetzt bei mir in der Höhle drin und sagt so... Oh ja, ich tue mal kurz, mein Eisenbraten. Ich mach mir einfach nur mein Ersatzschwert. Kleiner Geier, du. Was will der Hobbit hier? Good day, David Smiley. Ja, ja. The Rose was ever on and on. Du bist in meinem Haus, du Drecksack. Keine mehr Robben. Ich bring dir noch kurz dein Bett. Ich mach mir mal kurz ne Ding. Magst du dir dein Bett einfach mal hier hin? Ja, ich baue es da noch. Ja, das nehme ich auch mit. Das bringe ich ein bisschen Cherrywood. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Wie mein, wie brauchst du? Egal, ich brauch's eigentlich nicht. So gut. Kann schon was haben. Braust du jetzt die Eisengitter, oder? Ne, ich hab's selber geholt. Passt schon. Da liegt so... Und zwei Sepplings. So, die klatsch ich gleich mal wieder hin. Eisengitter. Ja, ja, genug Colzmann. Coppa... Tin. Faggot, Alter. Faggot, 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 say! Ach, gut. Du kannst auch nicht leben. Jetzt kifft er in meinem Haus. Hallo, Nichtraucher! Stubst, schön. Sehr guter Arbit, Dave. Ja, ja, ich sag mal, ist. Don't you wish you lived in Arbit hole 2? Ach, komm schon, brat doch nicht. Ja, soll ich jetzt losgehen, oder? Ja, ich muss noch ein bisschen Zeug braten. Ich muss noch ein bisschen Zeug in meine Kisten verstauen. Hast du noch ein bisschen Eisen übrig, Maxi? Eisen? Ja. Ja, sechs Stück hätte ich noch übrig. Davon brauchst du noch. Ja, sehr halt nice. Warte. Davon brauch ich aber. Eins brauche ich noch. Also du kannst fünf haben. Ja, ich kann dir auch irgendwas mit dem Ding zu geben. Hm? Ich könnte ja auch was mit dem Ding zu geben. Ich bin schon bei dir. Hammer auf jeden Fall mal ein. Ja, Mann, danke, nice. Da könnte es eigentlich keine brauchen. Und was sagst du? Aus Tin und Copper kann man sich auch Rüstung machen, aber die ist schlechter. Ähm, aus Tin nicht, nur aus Copper. Und was kann man aus Tin machen? Aus Tin, keine Ahnung. Hab ich auch nicht rausgefunden. So, mal schauen, was ihr noch für so spezielle Sachen habt. So, jetzt brauche ich noch sechs Copper Ohr gebraten und dann können wir losgehen. Crafting Bob. Jetzt kommt wieder der Harzer. Ja, ich könnte ja ein Eisen gebrauchen, aber der hat auch nur... Oder hast du was? Ja, ich habe ein Eisen, aber das brauche ich selber. Ja, das reicht mir auch gar nicht für irgendwas. Was hat der noch? Hm. Ach, Tim, du häsliger, geh doch mal weg. Der hat auch nichts Brauchbares. Aber in seinem Ofen hat er Eis. Hör mal auf, Alter, das ist erstens kein Eisen. Ja, ich habe es auch gerade. Ich habe Eisen und zwar mein Inventar, damit kein böser Tim daherkommt. Ich will ja gar nicht hauzen, ich hätte ja gehandelt. Ich hätte ja gehandelt. Ich nehme das und du kriegst einfach mal gar nichts. Ja, Tim, wir können handeln. Ich meine. Jetzt halt will ich nicht mehr, wenn ich mich hier als Tim zeichne. Ich will nicht mehr. Sieben Eisenbarbern. Ich könnte mir einen Helm und dann noch einen Schwert machen. Das ist der Eis? Nee. Ich weiß nicht, man muss das Essen mitnehmen und das Schwert ins Inventar packen. Boah. Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, ich hätte eine zweite Höhle gefunden in unserer Höhle. Eine zweite Höhle. Eine zweite Höhle. Das ist meine zweite Höhle. Hey, aus Copper kann man sich keine Rüstung machen. Wollen wir jetzt kurz schlafen gehen und dann amnächst morgens dann, wie heißt es, uns aufmachen? Man kann aus beidem keine Rüstung machen. Doch, aus Copper müsste es doch eigentlich gehen. Max, du hast ja schon keine Ahnung. Wie craftet man sich denn so einen Speer? Warte, ich lege mich noch ins Bett. Also ich bin im Bett. Ja, ich auch. Tim legt dich auch mal ins Bett. Nö, ich habe jetzt keine Lust. Ich stehe doch einfach in dein Bett, Alter. Okay. War ich raus mit dir? Jetzt renne ich erst mal hier aus der Mine raus. Oh Gott. Du weißt ja alles. Ja, wie craftet man sich so ein Ding? Ein Speer. Ja. Unten, ganz unten links. Ach so, ja, ja, klar. Mitte und dann oben so unten. Ja, du verstehst. So, ich renne jetzt hier mal hoch. Das geht ja auch nicht mit Tim und Copper. So, ich bin in Bett. Mit Copper muss es aber eigentlich gehen. Hm, hat für mich nicht funktioniert. Muss nochmal ganz, ganz testen. Gut. Komisch. Dann gehen wir jetzt auch vor kurzem Spurra. Weil mit Copper, also zumindest im Creative Mode hast du eine Copper Rüstung und eine Copper. Copper in God. Ja, ich muss noch warten. Kannst du in die Craftingbox hier reingucken, was ich mache? Hm, das ist ja meine. Sonst gib mir mal und lass mich probieren. Ich mache mir jetzt hier mal eine Vorrat. Copper. So. Dann kann ich hier mal eine Rüstung haben. Ja, also jetzt kommt, Leute. Ja, wir warten noch ganz kurz. Hey, Leute, es geht echt nicht. Also entweder ich bin zu dumm dazu, oder... Hä, hä, irgendwie... Keine Ahnung. Geht irgendwie echt nicht. Auch die Rüstung konnte ich mir damit nicht machen. Jaja, irgendwie keine Ahnung. Also zumindest im Creative Mode ging es. Ich hoffe, dass ein paar Äpfelrüst kommen. Okay, dann werden wir jetzt den Inventar jetzt voll leeren. Ja, natürlich, dann werden wir schon. Auch wackeln. Wir wollen ins Order-Biom, Alter. Nicht Kaffee trinken bei Gandalf. Milch nehme ich vielleicht mal mit. Oder brauche ich nicht. Ja, Milch ist alter Milch. Kannst du echt mal mitnehmen. Ja, weil die Orks vergessen, wenn ich gerne mal... Wobei ich das gar nicht so schlimm finde, ne? Weil das ist eigentlich nicht das... Okay, wir haben 15 Minuten, dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme mal. Ja, und in der nächsten Folge gehen wir gleich los. In der nächsten Folge werden wir gleich los. Werden wir losziehen. In die dunklen Höhlen und tiefen. Dir, Minecraft, Geld. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.